Und ich spiele gerade hier im Hintergrund eine Story-Mission und ich wollte mich noch mal für die 43 Abonnenten bedanken und es freut mich wirklich sehr und ja, ich wollte mich nur mit dem Video einmal bedanken. Und ja, das sollte es schon von dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst kein Like oder Aura und ciao.